Scheißegal, das Gesetz bedeutet nix für mich Ich geb schon immer n' Fick drauf, was richtig ist Ich hab ne große Fresse auf, wenn du ein Grizzly bist Mein Freund, ich bin wie ich bin, Mann, es ist wie's ist Ich hab ne Abneigung gegen Lehrer und ne 6 in Mathe Hey Leute, willkommen zum 60. Part in Minecraft Ich hab grad keinen Hunger Ne, 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 ne Ja, komm her Tu die in die Kiste In die Kiste? Ich dachte, sie soll sie in den Keller Wie? Nein, stell's in die Kiste rein Weil guckst du, was in der Ja, und jetzt, guckst du 25 schon können So, Leute Wollen, jetzt weiß ich, was ich machen werde Warte mal kurz Ja, ist Was ist? Okay, okay Das ist dein Lieb Nein Und ja, solltest du sterben, dann behaltest du deine Sachen Das ist dein Lieb Weil sie irgendwie Dokkan eingestellt hat Also, das ist der beste Der hat sich nicht eingestellt Der hat sich nicht eingestellt Boah, Junge Ja, schon, aber warte Ich sag dir, wenn's du mich, ähm Jetzt mal auf, ne Okay, wo kannst du deine Sachen Ich zeig dir gleich jemanden Ich hab meine Sachen verloren Ich hab meine Sachen verloren Das ist gar nicht Oh Bei mir hab ich gar nichts mehr Kann doch gar nicht sein, bei mir sind da keine Sachen Oh, schau, ich Du hast doch noch deine Sachen Wie sollst du dann deine Rüstung an Das sind keine Sachen Ja, warte Du musst zweimal A drücken Ich weiß schon, aber ich kann es nicht Ja, warte, dann geh auf dein Also, du auf Back drücken Ja, okay, jetzt kannst du viel So, also wir bauen jetzt Heute endlich mal die Scheune weiter Stimmt's? Ja Und dazu bauen wir viel Holz Soll ich heute kein Gebrochen Okay Okay Boah, du depp Ich wollte mir gerade ein Ding machen So, also ich mach Hä? 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 Ich hab gar nicht geschiebt Wie lange kommt die Folge heute? Ich lange, oder? Doch Okay Kannst du mit 50 Minuten warten? Ich weiß Nein, nicht 50 Minuten Schon kürzer, so 15-20 Minuten 15-20 Minuten 15-20 Minuten Ich kann auch bei meiner Kamera gucken Ich bin zu impfen Okay, in der Kiste Da hab ich zwei 64er Stacks Guck mal her Warte mal, sonst kurz Ich geb sie dir Hier auf die Scheune Kommst du? Was? Guck mal Äh Nein Hier Nimm Nimm das Holz Also ich hol jetzt noch Ein bisschen Mehr Das gibt es Das ist nicht schön weiß Noch Fünf Oder Ja, vielleicht Den gibt es Ja, ist okay So Ich hab Eins Zwei Drei Zwei Zwei Z Exchange Z domu Sl Duke Jäger Ich fuelle noch ein paar Bäume Und Orcabrücke wird halt die Scheune ein bisschen weiter bauen Stimmt Denn wie ganz mal ино Dann ist es oro Ja Ich bin ja auch Spring Ja, was willst du da eigentlich noch hinbauen? Warte mal, komm mal zu den Brunnen, komm mal zu mir, also ihr seht auch bei den Brunnen da war Wasser, bei dem Elfholzgedächtnisstand und da hinten war auch Wasser, ja, das habe ich jetzt alles weggetan, ach echt, wir gucken über dir, du, 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 komm her, komm so, ich schieße mich jetzt endlich, guck jetzt da runter, war da nicht für das Wasser, ey, egal, er hat gegen irgendwen gekämpft, gegen Zombies, nein, der Golem hat gegen Zombies gekämpft, äh, was wollte ich? Okay. Guck mal, ganz nach unten, einfach nach unten, schau nach unten. Ja. Geil oder, wie kann man denn noch ganz raus? Ey, hey, hey. Hey, warte, ist die, hey, warte, ich schau mal her, schau mal her, schau mal her, ruhig, komm mal, und, dem geht noch mal so. Ey, du siehst doch den Gedächtnisstand, gell? Ja. Ja. Seht der nicht irgendwie? Ja, schon. Was sieht es nicht irgendwie hier außen? Darf das Wort nicht sagen. Merkst du es jetzt? Let's, let's mal ich, ich schaff es im Brunnen landen. Im Brunnen? Im Brunnen. Ja. Ja, hab ich geschafft. Das war. Kui, Bär. Dann brauch mal ne Scheule weiter. Ja, okay. Ja, okay. Mach mal. Das soll ich die Wende schon machen? Das soll ich die Wende machen? Das soll ich die Wende machen? Das soll ich die Wende machen? Ne, ne, passt schon. Wenn ich gerade Holz geholt hab. Hm. 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 Warte mal, komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal mit. Wir sind nicht zu viel in spinn. Hier müssen wir ganz platzuencia. Ah, das kommt doch mal. Oh, das kommt doch mal. Boah, das kommt doch mal. Boah, scheiß ich nie. Komm runter. Da heit ich einfach runter. Ja, bei dir. Scheiß wier, Alter. Kannst du nicht mehr verschwinden? So, da bei der Kamera sieht man, wie die silhouette, du. Kommt mal alle mit! Hierher! Füßel jetzt! Was? Fliegen! Schau! So hier! Jetzt geht es da lang! Ja, da war ich! Versuch, da kommt gleich Lava! So, muss schon fliegen! und dann sind wir zwei oh, hi, du musst essen, ganz gut ja, genau, dann bin ich hier hinten hin ja, bin ich da hoch ich muss dabei aufpassen und hier in dieser Hülle hab ich den Manten gefunden so dass er viele nein doch, hab ich schon oh, Junge Leute, ich hab den Endertempel gefunden aber weil ich schon dumm bin ich weiß nein, also, ich weiß aber nicht mehr, wo ich weiß ich muss ja den einfach ganz einfach reinmachen weil es schon einfach nochmal die Enderungen werfen dann dann wie lange bleibt es jetzt noch nacht sich die Fliegelhaut nur ab ne, ne, warte aber irgendwie bin ich aus dem Dschungel raus ich geh mal gucken und dann hab ich auch irgendwie Fackeln hingebaut und damit ich in der Nacht sehe da habe ich es hält ja, ich seh jetzt gerade da ja, ich seh schon was aber ich seh aber nur ja, ich könnte es jetzt gerade äh, keine Hände Alter, die Welt ist schon blöd ja ich weiß es nicht nur dass ich das schmerzt du schmerzt du voll scheiß denn, mein alter Junge, kann er nicht Aha Ah! Sondern nicht mal. Ja, er geht so... ...drei Jahren... ...dass ihn gleich in die Hand fährt... ...und die Pferd haben... Ja, was ist mit dem? Das ist mit dem Mann, der Mann fährt. Okay. Ja, ich muss jetzt noch... ...ähm, offline. Also ich... ...ähm, muss jetzt offline... ...dass jetzt noch mehr... ...ähm, essen... ...ääh, essen und... ...genug schnell fahren. Also ich werde jetzt ohne... ...ääh, nicht online sein. Danach... ...ääh, das verblasen auch mein Abfuhr auf. Danach... ...ääh, die ich dann... ...teile... ...ääh, heißt das... ...ääh, die ich dann auch... ...ääh, die ich dann auch aufnehmen. Ja, warte, kommst du zu uns... ...wieder an die... ...nimm dir Warte, komm dir mal zur Scheune. Komm ganz kurz noch. Nimmst du eigentlich so auf? Ja, deswegen will ich ja jetzt... ...aufhören. Ja, komm zur Scheune. Komm zur Scheune. Geh nicht so. ...Mann ist das sicher zu... ...und auch... ...Wir sollten, aber... Ja, ich weiß nicht... ...wann ich meine eben... ...ja, warte, ich bin mir noch geschneidendes Holz... ...wann ich... ...ich bin ich noch schneidendes Holz. Nicht... ...äh... ...hier verflasen... ...ja, komm... ...Dann... ...ja, okay... ...und... ...dann... ...und... ...die... ...und... 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 Also tschüss bis zum nächsten Part in Minecraft.